Hallöchen ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück in der Mech Arena. Ihr seht es, wir spielen heute ein Deathmatch. Da ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie unsere Gegner so ticken, möchte ich noch nicht sofort meinen kleinen lieben Killshot auspacken. So, da sollten wir doch aber jetzt einigermaßen sicher stehen, ne? Okay. So, und dir schießen wir dein Schild runter, mein Freund. So, den Assist haben wir bekommen. Damit geben wir uns auch tatsächlich erstmal zufrieden. Wichtig ist ja, dass wir am Ende als Team gewinnen. So, du brauchst kein Schild, oder? Nö, der weiß auch gar nicht, dass er von uns beschossen wird. Die haben aber auch gerade ordentlich ein Geschenk bekommen. So, wollen wir mal sehen, ob wir hier nicht ein wenig was reißen können. Mal sehen, dass die hier schön abprallen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht gleich die Raketen durch. Tun sie nicht, okay. Okay, dann machen wir hier... Oh, ne, wir machen hier nicht den Assist. Aber so können wir auf jeden Fall mal ein bisschen da hinten reinpieten. Und Schaden machen. Bitte, was? Da war doch meine Schutzwand. Frech. Ganz frech. Okay, dann packen wir jetzt aber noch Killshot aus. Bleiben auf der rechten Seite. So, und schießen da noch ein bisschen die Gegner runter. Um hier nochmal ein paar mehr Kills zu machen. Das willst du nicht, das willst du nicht. Ich sagte dir doch, das willst du nicht. Ah, wichtig, dass wir den noch gemacht haben. Das war wichtig. Na, Runde 1 gewonnen. 12 zu 9. Kann man mit leben? Okay, ich würde sagen, wir starten einfach wieder genauso. Die rechte Seite hat mir ganz gut gefallen. Ich bin noch nicht so der, und ich glaube, da sind auch meine Mechs noch nicht so geeignet. Puh, der tat weh. Aber wir haben dich getrappt, mein Freund. Wir haben dich getrappt, ja. Und dann, äh, haut er mir ins Gesicht. Davon war fast schon auszugehen. Nehmen wir mal die linke Seite. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr reißen. Wir sind jetzt Killshot. Das heißt... Wir brauchen etwas mehr... Ja, doch... Ist einfach so. Wir brauchen da etwas mehr Unterstützung seitens des Teams. Aber ich will da noch nicht rein... Yolon. Möchte ich nicht, möchte ich nicht. Ach, komm schon. Stand dich jetzt tatsächlich sehr depositioniert. Na ja, gut. Oh, ist das ärgerlich. Zwei, die so low sind. Hier muss man doch nur noch snacken. Oh, 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 oh. Das war der Longarm. Das habe ich gespürt, ne? Ne, das waren die Javelins. Ei, ei, ei. Ja, der Lancer, der hält halt tatsächlich noch nicht so viel aus. Ist ärgerlich. Aber gut, das ist ein Best of Three. Wir haben da noch gute Chancen. Wir dürfen uns zur nächsten Runde nicht mehr so schwach gegen den Killshot anstellen. Ja, ach, komm. Machen wir doch mal den Gönnjamin hier. Oh, und dann kriegen wir nur den Assist, weil wir wieder gepanickt haben. Aber du musst jetzt sterben, mein Freund. Du musst jetzt sterben. Du auch. Und dann erstmal wieder retour. Mit 5.0 in Führung. Erstmal wieder rausziehen. Dann mal gucken. Oh, 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 oh. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn dann auf einmal die Javelins aus dem Nichts kommen. Ne, RPG. Ach ja. Beides aus dem Nichts ist nicht schön. So, ich stelle mir mal eine kleine Schutzwand auf. Dann müssen wir halt nur auch schauen, dass wir dahinter bleiben. Du hast deine auch schon gestellt. Ich fühle dich, mein Freund. Ich fühle dich. Wir machen das. Wir stehen alle auf dieses Thermal-Ding. Aber auch Thermal kann man töten. So nämlich, ne? Na komm. Boah, wirklich? Mal wieder nur ein Assist für. Ich komme mir hier vor wie der Assistant Boy. Da, 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 da. Aber gewonnen. Für mein erstes Deathmatch? Glaube ich, kann man das durchaus so stehen lassen. Sechs Kills auf Killshot. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüsschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020